Hallo und herzlich willkommen hier bei YouTube bei Starbound. Wir fliegen gerade los. Machst du mein Schiff kaputt? Wegen dir werden wir alle sterben hier. Man kann doch nicht einfach die Hülle aufreißen. Hast du nie diese schlechten Filme angeschaut? Hier genauso wie diesen Susan Cooper. Ich weiß nicht, ob du den schon im Kino gesendet hast. So, ich glaube wir sind gelandet. Aber irgendwie gefällt mir der Planet nicht. So, wir haben hier auch schon unser kleines. Wir machen hier offenes Feuer direkt im Schiff. So, oh mein Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Das Spotprogramm war schon echt schlimm. Aber du übertriffst das echt alles. Und ja, irgendwie. So, fangen wir hier mal an ein bisschen abzuräumen. Wir landen hier direkt auf einem, in einem Loch quasi drin. Sollen wir hier gleich wieder unseren Acker für Notfälle aufbauen? Noch nicht. Wir laufen jetzt zuerst mal ein bisschen ringsherum. Okay, dann mache ich... Schmiede aus. Oh, Kaffeebohnen. Oh, bitte. Karotten. Ja, ich habe es gesehen. Klasse. Oh nein, nicht Pilze. Was sind das hier? Oh, hier wohnen die... Nicht mit der Spitzhack. Ja, hier wohnen eh die Pflanzenbewohner. Oder die Pilzbewohner. Guck mal gleich da drüben. Oh, cool. Die werden sich wahrscheinlich jetzt gleich richtig freuen. Okay, und du machst dir gleich wieder Freunde? Autsch. Die machen Schaden. Hallo? Hallo? Hallo, wir sind die neuen Nachbarn. Du kannst das mit dem Schwert einfacher zermachen. So, da ist schon der Nächste. Hallo? Hm. Oh, geil. Au, 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 au. Wie du mir halt willst. Autsch. Ja, die machen auch Schaden. Aua. Wir haben Schaden gemacht. Du bist ja auch gestorben, oder? Nein. Ich bin auch gestorben. Was für ein Wunder. So, ich schaue mal runter. Also, dann wissen wir ja schon, dass die Nachbarn hier unsere Gastfreundschaft nicht mögen. Aber wer ist denn das hier? Ja, natürlich wieder verirgert. So, da war gerade eben noch mal ein Schwert. Ich nehme gleich die Waffe. Die Waffe hat Gift drauf. Waffe kommt mir schlauer vor. Oh, da unten gibt es auch noch mal ein bisschen was, noch ein bisschen Kohle. Warte mal kurz. Wo, wo, wo war der? Der war hier. Oh, schon wieder. Okay, wir stellen uns wieder mega peinlich an. So, aber alle guten Dinge sind 15. You're again. Ja, you're again. Was ist denn das für eine Locke? Naja, wir wissen nicht. Wir wissen nur ein bisschen Getier. You're again. Ja, sowohl. Hier, ich again. Er hätte auch ein bisschen mehr Kohle mit dabei. So, komm jetzt erstmal in Frieden. Nimm die Waffe weg erstmal. Wir sehen ja gleich, ob sie uns angreifen. Blöckenpapier. Okay, für dich. Oh, da ist eine Kiste. Ah, nein, nein, nein. Und ein Gegner. Ich nehme mich doch hoch. Ja. Hier ist einmal ein Scharf. Irgendwas zu... Oh, hier ist sogar der Hut, wo ich hatte. Komm, 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 komm zu mir. Komm zu mir. Ups. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Dann kannst du anziehen. Oh, nee. Ja, stimmt. Das ist deiner. Ja, sag dich doch. Sehe ich genauso peinlich aus wie du? Ich habe ihn ausgezogen, aber okay. So, da ist auch noch ein bisschen... Oh Gott. Geh mal in die Mitte hoch. Mischen. Wir stellen uns gerade beide blöd an. Denkst du? Oh, ich will gar nicht wissen, wenn wir das Ufo starten müssen. Weißt du mit den Pinguinen? Kann man sich da nicht mehr so schützen wie früher? Ach, guck, die sind alle freundlich gesinnt. Außer der. Der Wetter ist gerade an mir vorbei. So, äh, Waffe weg. Waffe weg. Wir gucken erst mal, dass wir... Hi. Hi, so. Gucken wir, was er in der Truhe drin hat. Er hat... Yay. Er hat auch noch mal so ein Handy. Ich nehme aber die Truhe mit. Aber die Waffen sagen nichts. So, wir sind einfach... Wir sind einfach nur... Geht nicht den Nachbarn. Wir nehmen zwar eure Sachen mit hier. So. Geht nacht, ne? Er ist freundlich. Äh, jetzt nicht mehr? Ja. Jetzt sehen wir beide aus wie Hibis. Oh, leu. Hier kann man ein Pilzrezept abgrasen. So. Ich habe hier so eine Schromkiste. You again. Oh! Was war da unten? Aua! Ja. Aua. Oh Gott. Oh, ich stelle hier mal. Angelegen. So. Kommen wir hier wieder hoch? Gute Idee. Oh, hier ist ein Feld. Da ist eine Kiste. Mit einem... Chest. Ja, du kannst du nachher die Kiste herstellen. Und du willst nehmen. Das Chest-Rezept? Ja. Da ist noch ein Gegner. Zucker. Mh, lecker. Mh, lecker. Kriege ich ja doch noch meinen McFlurry heute. Oh, da ist ein... Da ist ein, äh, großer Bus. Ein großer? Oh! Hallo! Oh! Das war so klar. Du machst hier die wieder Freunde. Was hat er schönes? 300 Pixel. Aua. So. Aber die haben sie auch ein bisschen leichter gemacht. Oder kann man das aber... Okay, guck dir mal die verschiedenen Lianen an. Einmal gelb, einmal rot. Ja, geil. Oh, hier ist ein... Aha, ich habe Regulation. Und da unten ist gleich nochmal einer. So, hier sind noch Kaffeebohnen. Oh, eine Kiste. Lol. Noch eine Kiste. Was macht ihr? Ich habe hier einen Teleport-Core bekommen. Was hast du bekommen? Teleport-Core. Und was machen wir mit dem? Äh, keine Ahnung. Oh, hier sind noch... Scheiß! Oh, der blöde Vogel. Hast du dich mit dem Vogel angelegt? Ich habe mich mit dem Vogel angelegt. Ich habe den Vogel nicht gesehen. Und richtig schön eins drauf bekommen. So, aber dafür kann ich gleich ein bisschen aufräumen hier. Ich habe einen Sprungfreder-Effekt. Ich springe wie ein Gummiball. Okay. Ich springe immer höher. Und kein Fallschaden mehr. Das ist ein A-Rare-Hitech-Key-Completed-For-Personal-Teleport. Also ich kann mich wahrscheinlich dann zu dir teleportieren oder zu mir. Was auch immer. Ich mache mir hier ein paar... Hier habe ich noch so einen, wo ich vorher dachte, das ist ein Bus. Hier diese Kringel. So, komm. Komm, 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 komm. Schön angreifen. Daten. Na? Oh, was macht denn der? Oh, was macht denn der? Dieses, äh, dieses rote Schwert, wo du hast, äh, noch mal gefunden. Echt? In der Kiste. Ja. Hier ist auch noch eine Kiste gerade. So, ich laufe jetzt einfach von der anderen Seite, dann schaffen wir den Planeten ein bisschen schneller. Okay, da ist noch mal Karl-Otto. Oh, die Höhle gefällt mir ja schon. Ja, wir müssen ja sowieso auf dem Planeten ein bisschen mehr farmen, da wir auf dem letzten, also ich auf dem letzten Planeten ja wirklich gefarmt habe, mehr als gefarmt habe. Ja, ich bin hier gerade auch schon wieder dabei, ein bisschen Kohle abzubauen. Aber der Manipulator wird dir so lange helfen, bis du das erste, äh, den ersten Drill hast, und das ist der DIA-Drill. Mhm. Später kannst du dir dann noch, äh, anderes zulegen, im Gegensatz zu Drills. Kannst dir einen Mining Laser machen. So, da ist auch noch ein bisschen was. Dann sind die von den Aktionen komplett weggegangen. LOL, ich kann hier mit jemandem handeln. Und eine, äh, was ist das? Eine Ein-Ein-Ein-Handschuss-Waffe, Ein-Handschuss-Waffe, ein Hand-Dolch, eine Schrot-Flinte, ein Hammer oder eine Licht-Axt. Cool. So, ich geh auch hier mal grad hoch, hier ist irgendein Gebäude wieder von Pilzis. Und weil ich zu voll bin, komme ich natürlich direkt durch den Boden. Hallo, Nachbarschaftshilfe. Darf ich mal in ihre Küste schauen? Zehn Mushrooms. So, ich nehm mir noch hier ein bisschen Steuern mit. Und dann sag ich schon, auf Wiedersehen. So ein Händler? Jo, hier ist wieder ein Händler. Der hat dieses Mal eine Uzi. What the fuck? Die gab es ja schon früher, oder? Diese Flora-Handels-Posten. Jaja, aber... Wow. Aua. Ich bin hier auch grad wieder in so einem Pflanzen-Dorf gelandet. So, dass der Wächter sich aber wirklich nicht wundert, dass ich hier irgendwie alles abräume. Alles okay mit dir? Jipp. Ich laufe grad komplett nach rechts. Oh, und da ist... Nee, ich dachte... Ich dachte gerade eben den, äh... Den anderen hier, wo... Wo ich gerade beschützt hab von zwei Viechern. Ja, ich wollte gerade auch jemanden beschützen, aber habe ihn dabei leider getötet. Sorry. Ähm... Hier noch einmal nach oben. Oh, da ist sogar auch noch mal ein Bösewicht oben. Hier sind riesige Bösewicht. Oh, da ist die Bösewicht groß. Oha. Nicht gesund hier. Autsch. Hier sind die Bösewicht so viel Schaden noch. So, ich glaube, da haue ich doch lieber ein bisschen ab. Ich habe eine Blue-Tech-Karte in der Piste gefunden. Nee, was? Eine Blue-Tech-Karte. A-Black-Tech-Karte. Irgendwas. Die nehme ich mit. Ich zeig sie dir dann. Keine Ahnung, was es heißt, da ich englisch dumm bin. Naja. Oh, hier war gerade ein Giftfeld. Ein Giftfeld? Light. What the hell? Wo bist du? Äh, ich komme... Ich komme von rechts aus. Oh, hier gerade noch Kohle ab. So, hier noch einmal runter. Oh. Oh. Ich habe einen Chip-Hort-Decor habe ich gefunden. Den habe ich ja auch gefunden. Den habe ich ja auch gefunden. Den sagte ich ja. Den war gerade in einer Kiste drin und ich habe besonders extra Speed hier gerade bekommen. Oh, da bin ich ja. Oh, da bin ich ja. Guck mal, Mario. Ich schwieg dann. Oh, krass. Das ist so ein Extra-Jump oder wie hast du den bekommen? Ne, den habe ich durch so eine Tablette bekommen. Okay, dann haben wir uns jetzt gefunden. Ich denke, dann beenden wir die Folge hier mal. Wo willst du sie beenden? Hier? Ne, bei YouTube. Achso. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.